Ich möchte mich zum Nachmittagsteil der Veranstaltung begrüßen. Auch mein Mikrofon funktioniert. Ich hoffe, Sie haben wohl gespeist. Ich möchte mich an der Stelle auch beim Gastgeber bedanken, der DZ-Bank. Ich glaube, dieser wunderschöne Saal passt zu uns und zu unserem Thema. Insofern herzlichen Dank. Ich darf Ihnen jetzt Karl-Heinz Land ankündigen. Er hat eine Doppelmission. Er ist digitaler Darwinist und digitaler Evangelist. Und was das ist, müssen Sie uns jetzt erklären. Sie sind gewissermaßen der Überraschungsgast heute. Sie haben das Wort. Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, hier heute bei der Ludwig-Ehrhard-Stiftung sprechen zu dürfen. Thema digitaler Darwinismus. Der Charles Darwin hat die Evolutionslehre begründet, erfunden. Und Evolution ist nicht unbedingt was Schönes. Evolution, da geht es um Survival of the fittest, adapt or die, pass dich an oder stirb. Der Evangelist ist, so wie wir alle wissen, im Neuen Testament der Überbringer der frohen Botschaft. Und ich sage immer, ich habe auch eine frohe Botschaft. Du kannst was tun. Die schlechte Botschaft ist, du musst auch was tun. Denn dass das alles an uns vorübergehen möge, was diese neue, schöne, digitale Welt mit sich bringt, das brauchen wir nicht zu hoffen. Hoffnung ist da keine Strategie. Ich habe gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Kreuzer, der auch heute hier im Plenum ist, ein Buch geschrieben. Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. Und heute daraus den schönen Titel abgeleitet, alles wird anders oder gefährdet die Digitalisierung, die soziale Marktwirtschaft. Und darüber würde ich einfach gerne ein paar Gedanken mit Ihnen austauschen und hoffe, vielleicht gibt es dann nachher noch ein paar interessante Impulse auch aus dem Plenum von Ihnen. Aber bevor ich mit dem eigentlichen Vortrag beginne, möchte ich Ihnen zwei Kernthesen, die Prof. Kreuzer und mich bewegt haben, damals dieses Buch zu schreiben. Die erste Kernthese war, oder die Definition des Darwinismus war, alles, wenn Technologie und Gesellschaft sich schneller ändern, als Unternehmen in der Lage sind, sich an diese geänderten Bedingungen anzupassen. Dann kommt es zum Darwinismus, dann kommt es zum Aussterben. Das war so eine Grunddefinition des Darwinismus. Und dann haben uns zwei Kernthesen in diesem Buch getrieben. Die erste These war, alles, was sich digitalisieren lässt, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch digitalisiert werden. Das hat auch ein paar ökonomische Gründe. Seit etwa 1995, 1996 ist es günstiger für uns, ein Datum auf einer Festplatte zu speichern wie auf einem Stück Papier. Früher war das mal teurer. Und ich kann es natürlich besser teilen, scheren und so weiter. Die zweite Kernthese war, alles, was sich automatisieren lässt, wird sich, wird auch automatisiert werden. Wir werden nachher noch feststellen, dass gerade diese Kombination zwischen, wenn es erstmal digitalisiert ist, lassen sich die Dinge auch wunderbar automatisieren. Und darüber geht es auch, weil das ist der Kern, die Kernthese, was sich in unserer Gesellschaft auch im Arbeitsleben ändern wird. Ich habe Ihnen ein Bildchen mitgebracht und normalerweise frage ich dann bei diesem Bild, finde den Unterschied. Und das ist jetzt eine Papstaudienz 2005 und 2013. Jetzt geht es mir gar nicht darum, dass Sie feststellen, naja, die haben jetzt alle Handys und Tablets und halten die hoch. Wer geht denn eigentlich noch mal zu einer Papstaudienz? Sind das die 12- bis 17-Jährigen? Eher nicht, ne? Das sind Menschen wie Sie und ich. Wir haben in diesen wenigen Jahren unser eigenes Verhalten so radikal geändert. Wir sind das, die diese Änderung herbeigeführt haben. Und man muss das auch für sich erkennen, alles, wo ich heute drüber spreche, das gab es vor acht Jahren noch gar nicht. Dieses kleine Gerät, von dem man Ihnen die letzten Jahre erzählt hätte, es sei ein Telefon, ist übrigens eine blanke Lüge, ist ein Computer. Damit kann ich auch telefonieren. Mehr recht als schlecht seit dem letzten Update, aber prinzipiell geht es. Dieses Gerät hat unser Leben extrem nachhaltig verändert und wird das vermutlich auch weiter noch tun. Technologie und der technologische Fortschritt ist nur noch eingegrenzt durch unsere Vorstellungskraft und unseren Willen. Es ist fast alles möglich. Ray Kurzweil, einer der führenden Wissenschaftler in den USA, hat vor einigen Jahren mal ein Beispiel aufgebracht. Und zwar hat er verglichen den technologischen Fortschritt und zwar mit Moore's Law. Wer Moore's Law nicht kennt, das ist ein Gesetz, das Mr. Moore vor etwa 25 Jahren aufgestellt hat. Und damals hat er gesagt, die Prozessordichte wird sich alle 18 bis 24 Monaten etwa verdoppeln und damit die Rechnerleistung und die Speicherkapazität und so weiter. Dieses Gesetz gilt seitdem. Und dann hat Ray Kurzweil das mal übertragen auf ein Bild, was uns allen mal plastisch machen kann, wie schnell diese technologische Veränderung und nachhaltig die ist. Und zwar hat er eine alte Weise gebracht und zwar von dem Chinesen, der zum Kaiser ging und dem angeboten hatte, eine Wette auf das Schachbrett und das Reis mit dem Reiskorn, wo er gesagt hat, ich setze auf jedes Feld einen Reiskorn und du verdoppelst das immer. Und auf dem ersten Feld ist es halt eins, dann zwei, vier, acht und so weiter. Wir kennen das, auf dem sechzehnten Feld haben wir etwa 400 Gramm Reis, auf dem 37. Schachbrett haben wir 600.000 Bruttoregistertonnen Reis und auf dem 64. Schachbrett haben wir die Fläche Deutschlands bedeckt mit 2.065 Meter Reis. In der Computertechnologie nach Moore's Law befinden wir uns auf Feld, wir wissen es nicht genau, 35 bis 37. Das ist wichtig zu verstehen, um zu verstehen, warum gab es denn das iPhone nicht früher, warum gab es autonomes Fahren nicht früher, warum hat künstliche Intelligenz vor sieben, acht Jahren noch nicht funktioniert. Wir müssen einfach verstehen, dass wir jetzt in einer Welt leben, die mit nicht linearen Systemen nur noch verglichen werden kann und die exponentiell wächst. Die Menschen verbringen heute sieben Stunden in der Woche in sozialen Medien von diesem kleinen Gerät, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Man nannte das früher mal den sogenannten Third Screen, den dritten Schirm. Nach dem Fernseher kam ja dann der Computerschirm und das war der dritte Schirm. Der ist aber gerade der erste Schirm geworden, weil davon gibt es inzwischen über zwei Milliarden Stück, etwa acht bis zehnmal so viel wie Computer auf der Welt. Und die Zahl ist dramatisch steigend. Und um eine andere Zahl mal zu nennen, ob man das mag oder nicht, Facebook wächst heute in 119 von 123 Ländern und macht schon einen gewaltigen Verkehr im Internet. Wenn wir uns dann mal ein paar Fakten angucken, die Welt, so wie sie heute ist, mit knapp 7,3 Milliarden Menschen, wir haben gerade schon mal gehört, knapp drei Milliarden, also rund 41 Prozent der Weltbevölkerung haben inzwischen Zugriff auf das Internet. Und etwa zwei Milliarden sind in sozialen Netzen organisiert, also Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing und so weiter. Etwa genauso viele Mobilfunkgeräte gibt es auf diesem Planeten wie Menschen. Das ändert das Spiel schon dramatisch. Auch in der dritten Welt haben wir inzwischen eine Mobilfunkabdeckung, die nicht unerheblich ist. Wenn man sich jetzt klar macht und ich habe ein bisschen recherchiert, der Ludwig Erhard hat mal gesagt, unsere Wirtschaftspolitik dient dem Verbraucher. Er alleine ist der Maßstab und der Richter über unser wirtschaftliches Tun. Und wenn man sich dann mal klar macht, was heute so passiert, der Kunde ist König, war er eigentlich immer schon, aber der will jetzt auch so behandelt werden, ja, da muss man sich natürlich klar machen, was heißt das denn, wenn dieser Kunde, dieser Always-on-connected und informierte Kunde heute mit den Unternehmen in Kontakt tritt und was hat das für wirtschaftliche Auswirkungen. Das Kundenverhalten hat sich geändert, wie gesagt, der war ja immer schon König, aber der will jetzt auch so behandelt werden. Und in unserem Buch haben Professor Kreuzer uns das beschrieben mit der Erwartungshaltung, dass ich alles sofort und überall prinzips. Wem das gar nicht bekannt vorkommt, der denkt vielleicht mal an die 12- bis 18-Jährigen in der Familie zurück, dann wird einem da einiges klar, das heißt, dieser Kunde will angesprochen werden, der will maßgeschneiderte Produkte, der will personalisierte Ansprache, der möchte natürlich beste Qualität, alles sofort und überall. Das ist unser eigenes Anspruchsdenken. Das ist das, was wir heute von den Systemen erwarten. Und diese Veränderung findet sehr nachhaltig statt. Also wenn man einmal an ein neues Medium gewöhnt ist und ich habe Ihnen mal ein kleines Filmchen mitgebracht, das was zeigt, was passiert, wenn Kinder mit einem Medium wie so einem Tablet umgehen und dann kurze Zeit später mit einem Medium wie einer Zeitung. Und gucken Sie sich das einfach mal an, was die Kinder da machen. Achten Sie besonders mal auf die Handbewegung dieser Kinder. Na, ist irgendwie kaputt. Geht nicht. Gucken Sie, da. Zoom. Defekt. Ja, also irgendwas ist hier kaputt. Wird dann auch sehr schnell langweilig. Also mein Kleiner, der als der Enkel 2 war, da fing er immer am Fernsehen so an zu wischen. Na ja, jetzt wird nochmal gecheckt. Gucken wir mal, wo die Kleine den Finger hin tut. Mitten da, wo eigentlich der Button wäre beim Tablet. Und jetzt wird gecheckt, ist der Finger kaputt? Nö, der Finger ist nicht kaputt, die Zeitung ist kaputt. Na ja, Sie lachen jetzt. Wenn Sie Vorstand von einem Zeitungsverlag wären, würden Sie vielleicht nicht mehr so lachen. Diese Kinder werden niemals mehr verstehen, dass ein Tablet nicht ein kaputtes iPad oder ein Tablet-Computer ist. Das zeigt die Nachhaltigkeit. In unserem Buch haben wir versucht, das in den Kontext zu bringen, weil es geht nicht um ein neues Betriebssystem. Es geht auch nicht irgendwie darum, dass wir ein Tablet haben oder ein neues Smartphone. Es geht im Kontext um die industrielle Revolution. Und ich möchte Sie damit nochmal bitten, mit mir zurückzugehen. 1750, als in England die erste Dampfmaschine entstanden ist. 1750, da gab es noch nicht die Verstädterung. Erst mit den ersten Fabriken kamen die Arbeiter, mit den Arbeitern kamen die Siedlungen, mit den Siedlungen kamen die Städte. Mit der Organisation kamen dann Gewerkschaften, es entstand ein Mittelstand und daraus entstand dann in der Folge die Demokratie. Unser gesamtes Wirtschaftssystem fußt auf der Dampfmaschine, wenn man das mal ganz pragmatisch nimmt. Und das in der Konsequenz hat die sozialen, die politischen und die ökonomischen Rahmenbedingungen in dieser Gesellschaft deutlich verändert. Und als dann 1892 mit Erfindung des Stroms auf der Weltausstellung in Paris zum ersten Mal das elektrische Licht vorgestellt wurde, übrigens James Watt war der Meinung, das wird nachher wieder abgeschaltet, da hat das wieder die sozialen, die politischen und die ökonomischen Rahmenbedingungen radikal verändert. Und jetzt hat ein neuer Dampf diese Energiekraft übernommen, Daten. Wir sind in der dritten Stufe der industriellen Revolution, in der digitalen Revolution. Und diese digitale Revolution wird die sozialen, die politischen und die ökonomischen Rahmenbedingungen wieder radikal, vielleicht so radikaler als die ersten beiden vorhergegangenen Revolutionen verändern. Dann fragen die Menschen, gibt es dafür denn schon Beispiele, Belege? Und da sage ich, ja, denken Sie doch mal an den arabischen Frühling ohne Twitter und Facebook. Also da hatten die Menschen nur ein Handy und einen Twitter-Account und die konnten damit sich so organisieren, dass sie ein Regime stürzen konnten. Früher, wenn sie eine Revolution geplant haben, dann mussten sie eine Zeitung übernehmen, sie haben einen Fernsehsender besetzt oder Propaganda übers Radio gemacht. Jetzt reichte, über soziale Medien sich zu organisieren und letztendlich damit eine Revolution herbeizuführen. Das war Demokratisierung von Medienmacht. Darum geht es eigentlich. Demokratisierung. Und genau die gleichen Mechaniken gelten, wenn es um Vertriebsmacht, Marketingmacht, Produktionsmacht. Denken Sie an 3D-Drucken, wo wir in Zukunft selber Dinge produzieren, selber drucken werden auf den Gerätschaften, die wir zur Verfügung haben. Das wird wieder die sozialen, die politischen und die ökonomischen Rahmenbedingungen verändern. Und die ökonomischen Rahmenbedingungen. Wir haben vorhin ein Unternehmen hier gehabt, Google. Und da wurde dann ja auch gefragt, wie groß und mächtig darf sowas sein. Wenn Sie sich einfach nur mal vorstellen, es gibt in den USA inzwischen 5 Unternehmen, Google, Apple, Facebook gehören dazu. Die haben zusammen eine Market-Kapitalisierung, die ist doppelt so groß wie die aller Unternehmen im Deutschen Aktienindex zusammen. Also da ist Lufthansa, Mercedes, die Deutsche Bank, Audi, VW, die sind da alle schon mit drin. Und Siemens, aber diese 5 sind mehr wert, doppelt so viel wert wie alle anderen Unternehmen im Deutschen Aktienindex. Also dann die Frage zu stellen, was ist der neue Dampf, glaube ich, ist schon relativ klar. Man kann sich natürlich immer fragen, was produziert denn Google oder Facebook außer Daten? Also das ist schon passiert. Und jetzt gehen wir in die nächste Stufe dieser Revolution. Die Stufe, die wir nennen Dematerialisierung. All die Dinge, die wir kennen, die uns lieb geworden sind, Schlüssel, Geld, Münzen, Kreditkarten, Tickets, Loyalty-Card-Programme, die dematerialisieren und werden zur Software. Was heißt das eigentlich? Darf ich mal fragen, wer von Ihnen ist schon mal geflogen und hat nur noch ein QR-Code als Ticket auf seinem Handy gehabt? Okay, fast alle. Wer von Ihnen hat schon mal etwas bezahlt mit seinem Handy? Kurz. Okay, noch weniger. Ich stelle die Frage neu. Wer von Ihnen hat einen iTunes-Account? Okay. Jetzt frage ich nochmal, wer von Ihnen hat schon mal was mit seinem Handy bezahlt? Sehen Sie, wir tun das schon alle, wir merken es aber nicht mal mehr. Das ist das Subversive an diesem System. Das heißt, wenn jetzt alles zur Software wirkt, dann hat das natürlich dramatische Auswirkungen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel dafür nennen und zwar diesen jungen Mann. Wenn der Schlüssel jetzt demnächst ein Stück Software ist, was macht er denn dann? Oder auch, wenn ich den Schlüssel nicht mehr herstellen muss, brauche ich ja auch die Maschine nicht, auf der der produziert worden ist. Dann brauche ich ja auch die Maschine nicht, die die Teile herstellen, um die Teile herzustellen, für die Maschine, die die Schlüssel produziert. Also da dematerialisiert schon ganz schön viel. Machen Sie sich da mal Gedanken zu, was das eigentlich heißt, auch ökonomisch. Wenn wir das so weiterdenken, was heißt das denn für die Arbeitsplätze? Und vorhin wurde die Studie schon genannt von der Oxford University, von Frey und Osborn. Ich habe einen Artikel gefunden in der Format, da nannten sie das die Jobkiller.com, die Roboter. Ziemlich bedrohlich, aber bezogen auf diese Studie musste man tatsächlich sagen, es war eine Studie, da haben die 702 Jobs sich genauer angeguckt, das Beschäftigungsverhältnis. Und was erschreckend war, dass es jetzt ein deutliches Missverhältnis gibt. Also das heißt, früher wurden nur die Jobs automatisiert, rationalisiert, die mit einfachen Tätigkeiten zu tun hatten. Jetzt geht es halt auch in die Management Jobs. Das heißt, es werden auch Berufe, Arbeitsbeschreibungen wegfallen, die heute durch gute Ausbildung im Prinzip noch stabil waren. Und das ist auch nicht mehr ein lokales Phänomen, gerade hat Voxcon, die beschäftigen 1,2 Millionen Mitarbeiter in der Computerbauteileindustrie und die haben angekündigt, dass sie eine Million Industrieroboter in den nächsten drei Jahren beschäftigen werden oder kaufen werden, um die zu beschäftigen. Das heißt, das Phänomen, über das wir hier sprechen, ist längst ein globales Phänomen. Übrigens in China von 96 bis heute sind auch über 30 Millionen Jobs in der Produktion weggefallen, nicht dazugekommen. Was wir jetzt feststellen werden, dass es zu einem ungünstigen Verhältnis kommt, früher war Bildung der Garant für Wachstum. Warum? Weil Kapital benötigte ausgebildete Mitarbeiter in der ersten industriellen Revolution, um dann produktiver werden zu können. In der zweiten Stufe wurden dann die Arbeitsschritte in Teile unterteilt, so konnte man sie besser automatisieren. In der dritten Stufe geht es jetzt darum, dass höhere Bildung die Bildung weiter unten verdrängen wird. Und in der vierten Stufe der Automatisierung wird es ganz sicher darum gehen, dass auch kreative Berufe oder Berufe, die mit sozialen Kompetenzen haben, betroffen sein werden. Das ist außer Frage der Fall. Das führt zu etwas, was Journalisten wie Jeremy Rifkin als die Share Economy oder die Null-Grenzkostengesellschaft bezeichnen. Eine Gesellschaft, in der man Dinge sehr schnell automatisieren kann. Und ich habe Ihnen hier was mitgebracht. Das ist nicht aus dem Computer Science Magazine, sondern das war ein Artikel von vor drei Wochen aus dem Kölner Stadtanzeiger. Und da ging es um das autonome Fahren. Gerade letzte Woche hat ja der Herr Dobrindt angekündigt, dass er die ersten Teststrecken für autonomes Fahren freigeben wird. Was heißt das denn, wenn jetzt ein Auto so autonom fahren kann? Also erstens ist das eine reine Folge der Digitalisierung, weil wenn das nicht digitalisiert wäre, könnte das nicht autonom fahren. Das hat natürlich eine Konsequenz. Wenn das Auto erstmal autonom fährt, dann brauche ich auch keine Taxifahrer mehr. Und dann demnächst keine Lkw-Fahrer, weil die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dann demnächst auch autonom fahren. Das heißt, hier findet eine massive und wird eine massive Verschiebung in der Beschäftigung stattfinden, auf die wir uns einfach frühzeitig einstellen müssen. Und wenn man mal überlegt, ich habe einfach mal eine Rechnung durchgeführt, wenn das so ist wie in der Share-Ökonomie, also bei einem gescherten Auto, sagen verschiedene Unternehmen, ist das Verhältnis zwischen Besitzer und Benutzer 1 zu 15. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre in der deutschen Automobilindustrie auch so. Immer mehr Leute ziehen in der Stadt. Meine Söhne sind 23, 26, leben in Köln, die wollen gar kein Auto mehr haben. Die sagen, wir machen Car2Go, wir sharen das. Wenn die das alle machen, was wäre denn, wenn wir 70 Prozent unserer Autos in Zukunft nicht mehr produzieren müssen? Ich meine, positiver Effekt, denken Sie mal an die Ressourcen, die wir nicht verbrauchen, die Energie, die Fabriken, die wir nicht mehr bauen müssen. Denken Sie aber auch mal darüber nach, was das denn dann in der Folge heißen würde. Wie viele Millionen Arbeitsplätze von so einer Entwicklung tendenziell betroffen sein könnten. Und ich glaube, dass hier ein ganz wichtiger Ansatz ist, wo die Politik tatsächlich frühzeitig eingreifen muss und sich mit den Dingen auseinandersetzen muss, die da auf uns zukommen, einfach weil es so exponentiell rasant geht. Wer hätte vor fünf Jahren Autos mal autonom fahren werden? Und gerade vor drei Wochen sagt mir ein Vorstand von Mercedes, also Herr Land, glauben Sie mir, in fünf Jahren fahren die Autos autonom. Und die LKWs vielleicht sogar noch vorher. Aber auch in anderen Bereichen tritt der Computer jetzt ein. Watson, ein Computer, den die IBM hergestellt hat, die wurden ja heute Morgen schon mal erwähnt. Und IBM hat ein Computerprogramm geschrieben, das zum Beispiel Ärzten hilft, nach bestimmten Symptomen zu suchen. Wenn ich also eine Million Patienten habe und ich suche nach einer bestimmten Systematik, dann kann Watson für die Ärzte während des Meetings innerhalb von 15 Sekunden mal eben eine Million Krankenakten oder 100 Millionen Geschäftsberichte durchforsten. Damit wird klar, die Leute, die früher diese Research gemacht haben, die werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft nicht mehr brauchen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz nüchtern sagen, 1825 haben wir im Schnitt über 80 Stunden die Woche gearbeitet. Heute arbeiten wir irgendwie so um die 38,5 Stunden. Und wenn die Hälfte der Arbeit weg ist, dann arbeiten wir eben noch 20 oder 25 oder 15 Stunden die Woche. Wir müssen uns halt nur klar machen, was das für die sozialen, die politischen und die ökonomischen Systeme heißen würde. Also ich könnte da durchaus mit leben mit einer 20-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Aber man darf das nicht so finster zeichnen. Was uns aber klar sein muss, dass jetzt, so wie wir früher gewachsen ist, wie ist denn Prosperität in den letzten Hunderten von Jahren in Deutschland entstanden. Prosperität und wirtschaftliches Wachstum fand zu Beginn an den Verkehrswegen statt. Die ersten Verkehrswege waren die Wasserwege. Der Rhein war in Deutschland der bedeutendste Fluss und damit alle reichen Städte waren am Rhein, entlang des Rheines. Dann kamen die Autobahnkreuzungen und die Autobahnen wurden gebaut. Damit wurden die Autobahnen das Drehkreuz für Prosperität. Überall da, wo die großen Autobahnkreuze waren, da waren die wohlhabenden Städte, die Industriezentren. Denken Sie nur ans Ruhrgebiet. Und jetzt wird das Netz zur Infrastruktur. Wenn das Netz die Infrastruktur ist und all die Dinge, die wir heute so machen, von Bezahlen über Flügebuchen, Tickets und so weiter bis hin zum 3D-Drucken über dieses Netz passiert, dann müssen wir sicherstellen, dass dieses Netz optimal ausgebaut ist. Ich kann da immer nur den Tim Höttges von der Telekom unterstützen, der sagt, naja, wir würden ja gerne noch mehr ins Netz stecken, aber wir müssen dann auch Maut dafür erheben dürfen. Das heißt, da muss man auch der Politik zugestehen, dass sie die Wirtschaft entsprechend unterstützt. Und ich habe ein paar Kernzahlen mitgebracht. Etwa in sechs Jahren, fünf bis sechs Jahren, werden 30 Milliarden Dinge im Internet der Dinge miteinander sprechen. Und werden Industrie 4.0 oder wie ich immer sage, Wirtschaft 4.0 ermöglichen. Das Internet der Dinge wird zu diesem Zeitpunkt etwa 1,9 Billionen Dollar Wertschöpfung produzieren. Die Hälfte dieser Aktivitäten wird von Startups gemacht, von Startups sowie Uber, die heute vielleicht noch nicht mal gegründet sind. Die andere Hälfte wird von den anderen etablierten Playern. Und 80 Prozent dessen, was da produziert wird, wird kein Produkt sein im herkömmlichen Sinn, sondern Software, eine Dienstleistung, ein Service. Wir müssen dazu kommen, speziell am Standort Deutschland, wir sind ja Exportweltmeister, wir müssen heute so in Software denken, wie wir früher in Maschinen, Autos und Anlagen gedacht haben. Ich habe mit Herstellern von Ventilatoren gesprochen, die sagen, heute ist 50 Prozent der Entwicklung, ist nicht mehr Hardware beim Ventilator, sondern Software. Das gilt für alle Bereiche und manche Bereiche, nochmal den Schlüssel, werden vielleicht komplett ersetzt werden. Wir haben uns dann angeguckt bei Neuland, wir beraten ja Unternehmen in Fragen der digitalen Strategie und Transformation, wie ready ist denn Deutschland digital? Und dann haben wir 13 Industrien gemeinsam mit der Wirtschaftswoche uns angeschaut, von der Automobilindustrie über den Handel bis runter zur Industrie und haben festgestellt, da gibt es ziemlich große Unterschiede. Wir haben auch festgestellt, da gibt es sehr große Bandbreiten. Also hier im Handel beispielsweise sind ein paar sehr gut, aber auch ein paar sehr schlecht. Dann haben wir gesagt, naja, okay, was heißt das denn eigentlich? Und sind mal reingedrillt und dann haben wir einen Index veröffentlicht im Oktober vorletzten Jahres aus dem Handel. Und ich zeige den heute noch, weil eine Woche bevor wir diesen Bericht veröffentlicht hatten, hatte Praktiker Insolvenz angemeldet und die ProMarkt, naja, die befinden sich eigentlich so ein bisschen in der Auflösung seitdem. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, ist denn Deutschland wirklich ready für diese digitale Welt? Haben wir denn das Rüstzeug? Und hat das vor allen Dingen, gibt es eine Verbindung zwischen wirtschaftlichem Erfolg und digitaler Readiness oder wie ich immer sage Fitness? Und dann sind wir auf eine Studie gestoßen vom MIT, Massachusetts Institute of Technology in Boston und die hat ein paar interessante Zahlen geliefert und die will ich mit Ihnen teilen. Und zwar haben die 400 Unternehmen angeschaut, ob sie digital savvy sind, wie sicher sind sie in den Dingen, die sie tun und wie sieht das mit den Finanzzahlen aus. Und da hat man festgestellt, Unternehmen, die digital savvy sind, die machen im Schnitt 9% mehr Umsatz, die sind 26% profitabler und die haben eine 12% bessere Bewertung am Markt, also einen Marktwert, einen Unternehmenswert. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, warum ist das denn so? Warum sind Unternehmen, die digital savvy sind, so viel mehr wert bzw. warum sind die so viel effizienter? Und ich will Ihnen das erklären am Beispiel mit Henry Ford. Der Henry Ford hat weder das Automobil erfunden, noch hat er das Fließband erfunden. Aber er hat die Serienfertigung des Automobils auf dem Fließband erfunden. Und das hatte drei signifikante Nebeneffekte. Der erste Nebeneffekt war, das Auto wurde deutlich schneller produzierbar. Lief ja jetzt auch wie am Bändchen, keine Einarbeitung, Übergabezeiten, Standzeiten und so weiter. Der zweite Effekt, das Auto stieg in der Qualität, wurde also deutlich besser. Warum? Wurden weniger Fehler gemacht, mehr Routine, immer wiederkehrende Arbeiten und so weiter, wurde nichts mehr vergessen. Der dritte Effekt, das Auto wurde deutlich günstiger. So günstig, machen wir uns das mal klar, vorher war ein Auto was für Könige, Kaiser und für reiche Unternehmer. Jetzt konnten sich Henry Ford's Mitarbeiter selber ein Auto kaufen. Das war ein Quantensprung. Derselbe Effekt setzt ein, wenn Unternehmen digitalisieren. Das ist wie mit dem Bankautomaten-Effekt. Früher hat der Mann hinterm Schalter die Arbeit gemacht, wenn Sie Online-Banking machen, machen Sie selber die Arbeit, man verlagert die sozusagen. Das müssen wir uns einfach klar machen, wenn wir mit Digitalisierung zu tun haben. Und ich habe hier ein Thema aufgebracht, Privacy und Service, also Privatheit und Öffentlichkeit und Service. Wir müssen uns einfach klar machen, dass Privacy und Service zwei Seiten dieser selben Detail sind. Wir fangen in Deutschland immer wieder gerne mit Datenschutzerklärungen an und versuchen Daten zu schützen vor uns, vor den Kunden. Ich finde es total verrückt. Toll Collect darf die Daten, die Sie erheben, wenn Sie die LKWs quasi bewerten und abrechnen, dürfen Sie nicht verwenden, um damit Stauvorhersagen zu machen. Das ist ja eigentlich verrückt. A macht man wirtschaftlich, schiebt man da einen Riegel vor Dinge, die man nicht schieben sollte und auf der anderen Seite nutzen wir Potenziale nicht, die wir haben, die natürlich wieder ökonomische Folgekosten haben, weil jeder Stau, ich weiß nicht wie viele Millionen Liter Sprit, der so spart. Da müssen wir uns halt klar machen, dass unsere schon fast manische Angst vor Datenschutz das wahrscheinlich oft überzogen ist und auf der anderen Seite, dass der Konsument letztendlich, so wie auch Ludwig Erhard gesagt, entscheidet. Der ist nämlich der Richter über das, was hier gemacht wird. Denn in Zukunft werden Unternehmen immer stärker am Vertrauen ihrer Kunden gemessen. Denn digital bedeutet zum Schluss auch Transparenz. Und wenn ein Unternehmen das Vertrauen seines Kunden verloren hat, dann wird es in der digitalen, in der transparenten Welt für dieses Unternehmen nicht ganz einfach. Aus diesen Kunden-Touchpoints müssen Kunden-Trust-Points werden, Vertrauenspunkte. Weil nur so werden Unternehmen in Zukunft punkten können. Wir müssen uns den Fragen stellen, Entschuldigung, echt ein bisschen Probleme mit der Erkältung. Wir müssen uns die Fragen stellen, was heißt das sozial, was heißt das politisch, was müssen wir ökonomisch tun? Jeremy Rifkin geht so weit, dass er sagt, ist das das Ende des Kapitalismus? Ist das das Ende unseres Wirtschaftssystems, wenn wir alles miteinander teilen, die Autos, Airbnb, die Zimmer und so weiter? Was bedeutet das für uns? Was sind die ökonomischen Folgen, die daraus entstehen? Was müssen wir tun? Und ich habe Appelle an alle Beteiligten, an die Unternehmer, nutzen Sie Ihre Chancen. Digitalisierung ist eine enorme Chance. Das erleben wir auch an Unternehmen wie Google und Uber und Facebook und so weiter. Und da gibt es viele gesunde Mittelständler, die ihre Chancen heute nicht nutzen. Think Big und Think Global, wurde auch vorhin von Matt Ryan, Britain genannt, finde ich ganz wichtig. Wir in Deutschland, also nichts gegen Helmut Schmidt, ich mag ihn sehr gern, aber er hat mal irgendwann gesagt, jemand, der eine Vision hat, der muss zum Arzt gehen. Das war falsch, das sollte man nicht sagen. Wir brauchen Visionen in Deutschland. Entwickeln Sie selber Visionen. Werden Sie digital savvy. An die Politik? Wir brauchen mehr Beweglichkeit. Wir brauchen mehr Diskussion auf Augenhöhe. Wir müssen uns nicht vor Amerikanern verstecken. Aber wir brauchen auch vergleichbare Regelwerke. Es kann nicht sein, dass Google, Facebook, Apple alles mit den Daten machen können und wir selber können bei Beispiel Toll Collect gar nichts damit machen. Was ist denn demnächst mit dem Connected Car? Wem gehören denn dann die Daten, die das Auto produziert, um mir zu sagen, wo der nächste Stau ist? Darum müssen wir uns Gedanken machen. Es müssen gleiche Regeln auf Augenhöhe für alle Marktteilnehmer herrschen. Nicht weniger und nicht mehr. Und wir brauchen ein vernünftiges, flächendeckendes Netz, was bis in den letzten Zipfel der Republik geht. Weil wenn wir das nicht haben, werden wir bald sehen, dass die ersten Unternehmen 10, 15 Kilometer umziehen müssen, um an den Anschluss zu kommen. Und an den Konsumenten, vergessen Sie nie, Sie haben die Macht. Der Konsument entscheidet, mit wem er letztendlich Geschäfte macht. In einem transparenten Markt, in dem Vertrauen eine neue Währung ist, entscheidet der Konsument. Und deshalb glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind, wenn wir offen auf diese Dinge zugehen, kritisch uns damit auseinandersetzen und uns klar machen, es wird nicht ohne Schmerzen. Ein neues Wirtschaftssystem oder eine Reformation, so wie wir sie in den nächsten, wahrscheinlich 10, 15 Jahren, 20 Jahren erleben werden, haben wir in den letzten 100, 200 Jahren nicht erlebt. Das wird nicht ohne Schmerzen gehen, das wird auch nicht ohne Folgen bleiben. Und es wird vermutlich Opfer geben, hat es ja bei Darwin auch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir gleich noch ein paar Fragen ertauschen könnten. Danke. Danke.